Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen in diesem Unboxing und Gewinnen. Heute präsentiert von mir, dem Christian. Ich habe heute wieder etwas ganz besonderes für euch. Eine Akku Power Station Power Box von der Marke Anker. Wir hatten viele von diesen Power Stations und Power Boxen im Programm und schon vorgestellt. Jetzt gibt es eine neue der Firma Anker, eine renommierte Firma. Die Boxen bekommt ihr in fast jedem Baumarkt in Deutschland oder auch in den großen Elektronikfachmärkten. Also die Firma Anker ist auf jeden Fall auf den deutschen Markt schon vorgestoßen. Und hier diese Akkubox ist brandneu, die Solix C1000. Was diese Box kann und wie diese Box zum Beispiel mein Wasser für den Tee heiß macht, das zeige ich euch in diesem Video. Und am Ende könnt ihr diese Box sogar noch gewinnen. Also gut aufpassen angesagt. Ich freue mich, wenn ihr dran bleibt. Die C1000 präsentiert sich hier im klassischen Design der Akkuboxen. Man hat hier zwei stabile Tragegriffe. Das Gehäuse ist sauber und ordentlich verarbeitet. Das Teil ist etwas über 10 Kilo schwer. Damit also auch kein Schwergewicht. Könnt ihr auch etwas stromhungrigere Geräte wie einen Wasserkocher oder einen Sandwich Toaster an diese Box anschließen. Bei diesen kleinen Boxen habt ihr oft das Problem, genau das, was ihr anschließen wollt, das ist dann zu stark und saugt zu viel Strom. Funktioniert also nicht. Aber mit dieser Box könnt ihr trotz des relativ kompakten Designs schon einiges an Geräten bedienen. Hier über den Einschalter lässt sich das Gerät ganz einfach in Betrieb nehmen. 93 Prozent haben wir noch an Akkustand in der Box. Man sieht jetzt da oben dieses Handy-Symbol blinken. Das heißt, ihr könnt auch euer Smartphone mit der Box verbinden und habt dann immer den aktuellen Ladestand, den Ausgang. Auch wenn ihr das Gerät zu Hause an der Steckdose auflädt, seht ihr genau, wie lange das Gerät noch für die Schnellladung braucht. Das Gerät hat eine Schnellladung, wie ich gerade schon gesagt habe. Das heißt, in ein paar Minuten habt ihr 80 Prozent Ladestand und könnt sofort loslegen. Das ist wirklich auch auf dem Markt etwas ganz Besonderes. Diese Schnellladefunktion hier bei der Anker Solex C1000 wirklich super gelöst. Es lassen sich natürlich einige Geräte an diese Box einschließen. Hier unten habt ihr vier ganz normale Schuko- Steckdosen. Da könnt ihr alles anschließen, was so einen normalen Stecker hat. Ob das nun Staubsauger zum Zelt aussaugen ist, da kann man natürlich auf die dollsten Ideen kommen. Oder einfach mal einen Wasserkocher für einen Tee zu kochen oder ein Sandwich-Toaster oder eine Akkukühlbox. Die haben aber meist auch hier diesen 12-Volt Zigarettenanzünderanschluss. Den gibt es hier auch. Um ein Handy zu laden, habt ihr zwei USB-Anschlüsse und zwei USB-C-Anschlüsse. Ich habe jetzt hier als allererstes mein Ladegerät für die Kamera dabei. Und ihr seht hier, das leuchtet rot. Also die Akkus laden wunderbar auf. Ihr seht auch direkt, wie viel Watt aus der Box rausgehen. 10 Watt, um die Akkus aufzuladen. Zusätzlich kann ich hier so einen Wasserkocher anschließen. Der zieht natürlich ein bisschen mehr Strom. Ich gucke gerade mal, wie viel da rausgeht. Hier schaltet man die Steckdosen ein. Ihr seht, in knappen zwei Minuten kocht mein Wasser hier. Schönes, brodelnd heißes, kochendes Wasser. Wäre jetzt genau richtig für so einen heißen Tee an so einem kälteren Tag wie heute. Da macht so ein Tee beim Angeln doch noch richtig Laune. Aber auch andere Sachen, wie zum Beispiel im heißen Sommer so eine Kühlbox da dran, damit ihr richtig kalte Getränke genießen könnt. Während der ganzen Angelzeit sind natürlich super beliebt. Laut der Beschreibung lässt sich mit diesem Gerät 92 mal ein iPhone aufladen oder auch 33 Stunden eine große Kühlbox betreiben. Also ihr habt ordentlich Saft für eure Angelausflüge oder Outdoor-Abenteuer. Aber es gibt auch Menschen, die sind zum Beispiel auf medizinische Geräte angewiesen. Das heißt, sie könnten nicht angeln gehen, wenn ich so ein Gerät für so eine Schlafmaske oder sonst was dabei wäre. Also auch für solche Menschen so ein Gerät toll geeignet oder auch für jeden, der Strom auffangen, sammeln will, hier an das Gerät kann man natürlich auch ein Solarpanel anschließen. Das heißt, ein Balkonkraftwerk betreiben oder auch beim Angeln, Campen oder sonst was tagsüber das Gerät aufladen. Natürlich auch Leute, die am Wasser arbeiten möchten, beim Kapfenangeln, wo man mehrere Tage am Wasser ist, kann man so ein Gerät sehr gut gebrauchen. Ihr habt hier oben noch eine Lampe eingebaut. Die lässt sich in drei Helligkeitsstufen verstellen. Also wenn ihr nachts etwas im Zelt sucht, dann kann diese Lampe euch Licht spenden, um dann natürlich auch Sachen wiederzufinden. Dann diese schöne Ablagefläche hier oben drauf, sehr edel verarbeitet, kann man das Handy drauflegen, nachts neben der Angelliege, wie so ein Nachttisch. So was fand ich immer sehr praktisch. Da gab es früher diese Bivi-Tables. Aber wenn man hier so eine Box hat, dann kann man alle seine Sachen darauf laden und sauber ablegen. Zu der App möchte ich noch ein paar Worte sagen. Die habe ich mir runtergeladen. Ihr habt hier die Akkubox. Solix C1000 steht hier. Ich sehe jetzt genau, dass ich noch 86 Prozent habe. Die Akkubox hat 21 Grad Temperatur. Vielleicht im Sommer interessant, dass die Box nicht überhitzt, aber dafür sind ja die Lüfter. Dann kann ich die Lampe hier direkt an der App fernbedienen. Ist ja auch nicht schlecht, wenn man im Zelt liegt, am Handy spielt und mal Licht im ganzen Zelt braucht. Und dann seht ihr hier natürlich jeden Ausgang. Im Moment verbraucht der USB-Ausgang 10 Watt. Ich habe ja immer noch hier meine Batterien, meine Akkus von der Kamera am Laden und die anderen Ausgänge sind im Moment nicht belegt. Den Bildschirm kann ich hier ein- und ausschalten. Und wenn ich das Gerät zu Hause an der Steckdose zum Laden habe, dann kann ich natürlich auch hier direkt nachlesen, wie lang lädt das Gerät noch auf, wie viel Prozent haben wir schon. Und auch die anderen Eingänge, wie jetzt so ein Solarpanel oder wenn ich das am Zigarettenanzünder im Auto auflade, kann ich hiermit dann schön überwachen. Hier auf der Seite habt ihr noch die verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Vorne, wie ich eben schon erwähnt hatte, die Steckdosen und vielfältigen Anschlussmöglichkeiten für Elektrogeräte. Und an der Seite gibt es noch einen Stecker, da kann man mehrere Boxen miteinander verbinden. Auch sehr praktisch, wenn man dann die Kapazität noch weiter erhöhen möchte. Ich würde sagen, dieses Gerät ist optimal für jeden, der ein paar Tage angeln oder campen will und trotzdem nicht auf Geräte verzichten möchte, die er im alltäglichen Leben braucht und die Strom fressen. Für diesen ist dieses Gerät auf jeden Fall sehr praktisch. Ich denke, dass auch ihr dafür vielfältige Verwendungsmöglichkeiten bei euren Outdoor-Aktivitäten habt. Ihr könnt diese Box hier gewinnen, die Solex Anker C1000. Sagt mir einfach, welches Gerät würdet ihr als erstes daran anschließen, beziehungsweise auf welches Gerät könnt ihr beim Angeln nicht verzichten. Ich freue mich auf eure Antwort in den Kommentaren und schon bald kann der glückliche Gewinner, den ich aus den Kommentaren ziehe, sich über solch eine schicke Box freuen und damit nie mehr auf Strom, am Wasser oder auch sonst wo verzichten müssen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Euer Christian. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.